Vital, die Pflegegruppe für häusliche Krankenpflege und Seniorenbetreuung für die Region Aschersleben. Wir helfen Menschen, die sich aufgrund einer Krankheit oder Pflegebedürftigkeit zu Hause nicht ausreichend versorgen können. Zu unserem 60-köpfigen Team zählen erfahrene Pflegefachkräfte und Pflegekräfte, Hauswirtschafterinnen, Mitarbeiter für Ergotherapie, Betreuung und den Fahrdienst, eine Diätköchin und andere Fachkräfte. Mit einer reibungslosen Organisation sichern wir eine zuverlässige und pünktliche Pflege. In unserer Tagespflege heißen wir unsere Gäste in unseren Räumen stundenweise willkommen. Hier werden Menschen, die auf Pflege und Betreuung angewiesen sind, bestens umsorgt. Wir bieten geselliges Beisammensein und körperliche Aktivitäten und auch für das leibliche Wohl ist immer gesorgt. Bei einem Besuch in unserem Pflegeheim und dem betreuten Wohnbereich erlebt man, mit welcher Aktivität die Bewohner am Tagesverlauf teilnehmen. Stubenhocker sind rar, das Leben spielt sich im Freien oder im Tagesraum unserer guten Stube ab. Das Kommen und Gehen von Angehörigen, die Bewohnersitzgruppen im Flur, der Gesprächskreis am Balkon mit unserem Papagei Hansi verbreiten eine familiäre Atmosphäre. Man ist hier Mensch, man darf es sein. Wie zu Hause.